So, reichen drei oder willst du noch mehr? Ich will überhaupt keine. Ich auch nicht. Ich hasse Fisch. Ihr esst ja sonst nicht. Heute nicht. Das ist gar kein Fisch. Das sind Fischstäbchen. Und ihr esst die jetzt, alles klar? Kein Bock. Kein, du isst die jetzt. Sonst gibt es ein Monat Fernsehverbot. Na, na, na. Was ist denn hier los? Dicke Luft. Die Kinder wollen nicht essen. Du musst halt mal was Anständiges machen. Was anderes. Irgendwas, was lecker ist. Wird schon fettiges Zeug. Die Kinder brauchen Nährstoffe. Nährstoffe. Ja, Nährstoffe. Hallo. Na? Gibt es denn heute Freilis? Nährstoffe. Möchtest du auch was? Leider. Ju 데i.